Und hallo, meine Freunde, guten alter Haltung. Willkommen zurück bei Battlefield 4. Ja, wir sollen Jank's Schiff versenken. Ist sicher, dass ihr nicht verheiratet seid? Ich bin mit dem verheiratet, wofür ihr steht. So, wo haben wir Dazifir? Hey, Hannah. Hast du dir je gewünscht, die Dinge wären anders? Klar tue ich das. Aber bis es soweit ist, kämpfe ich weiter. Ach, einsteigen. Du bist in Ordnung, Hannah. Hier bitte, Sergeant. Du kommst nicht mit, Pack? Ihr bleibt am Leben. Das ist ein Befehl. Wird ausgeführt. Passt auf die Valkyrie auf, solange wir weg sind. Hurra! Wacht, wer hat keinen Scheiß, du Idiot? Oh, ganz geil. Oh, Lisa. Fahr schon, Lenn. Fahr schon, Lenn. Lenn. Die, das hat ein Scheiß-I-D. Das ist dann bestimmt nicht mit dem Trainer. Ah, okay, geil. Okay, geil. Das ist Schenkschiff. Ich glaube, wir schenken mal alle. Ich schätze mal die Story. Was? Wir sind im toten Winkel. Bereit machen. Ah. Titanic, die zweite. Irish? Keine Sorgen. Da kann nichts passieren. Schon klar. Hergestellt in Schweden. Da geht's mir gleich viel besser. Na dann. Yay. Fortress, hier ist Tombstone 3. Sind in Position. Sprengung vorbereitet. Hier ist euer Startoff. Sauber. Wir sind fast erledigt, also jagt es hoch. Panner, drück den Knopf. Verdammt. Da stimmt was nicht. Es ist hoch. Keine Verbindung. Wrecke? Scheiße. Geht mal her. Shit. Wir müssen noch mal runter. Na gut. Es muss nur einer von uns gehen. Wrecke? Hast du noch eine von den C4-Sprengladungen? Gut. Gehen Sie her. Bitte. Du riskierst dein Leben nicht, Hanna. Ich bin Irish. Schon vergessen? Der Glückspilz. Gib sie mir, Wrecker. Wrecker. Ich riskiere jeden Tag mein Leben für mein Land. Gib mir das C4. Dein Land braucht dich lebendig, Hanna. Du machst das nicht. Punkt. Komm schon, Wrecker. Ey, das ist aber jetzt Assi. Ey, das ist doch jetzt wirklich Assi. Muss ich jetzt einen meiner Kameraden auffahren? Gib mir das C4, Wrecker. Das ist mein Gottverdammtes Schiff, Hanna. Komm, Kumpel. Auf geht's. Entscheide dich, Wrecker. Los, Wrecker. Du entscheidest. Ey, das ist doch Assi. Wieso muss ich jetzt allen meiner Kameraden opfern? Der Zünder grün ist. Drückst du den Knopf, Wrecker? Irish. Verdammt. Alles klar. Kann losgehen. Tu es, Wrecker. Drück den Knopf. Die Explosion bringt ihn um. Verstand noch mal. Tumpfstau. Jagd das Schiff hoch. Ich tue es nicht gern, aber... Lieb wohl, Irish. Rest in peace. Letzter Pflicht? Okay. Irish, Herr Pflicht, nicht so. Sind alle da? Einer von ihnen wird vermisst, Sir. Wir können nichts tun. Wir müssen sofort abrücken. Schuss. Verstand. Bringen Sie meine Marines nach Hause. Ja, meine Freunde, das war Battlefield 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ich hatte teilweise meinen Spaß, bis auf das Auto-Aiming und die verschiedenen Hitboxen und Treffer-Gruppen bei den Gegnern. Mir gefiel diese Ruhe. Ja, ich hatte einen Onkel. Oh, Onkel Jay. Er hat mir alles gezeigt, was man wissen muss, um auf dem Land zu überleben. Ich dachte, du wärst ein Stadtmensch. Stimmt. Und zwar durch und durch. Aber mein Onkel lebte nicht in der Stadt, sondern in der Carolina. Er ist vor langer Zeit weggezogen. Wo ist er jetzt? Er ist nicht mehr bei uns. Das tut mir leid. Ach. Was soll man da schon machen? Das Leben geht weiter, oder? Man muss einfach das Beste aus seiner Zeit machen. Wir verlieren viele Menschen, die wir lieben. Zu viele und zu früh. Manchmal denke ich, es wäre besser, sich aus allem rauszuhalten. Wird vieles leichter machen. Nein, so ist das nicht. Was du auch tust, du darfst es nicht bereuen. Niemals. Komm, sag es, Hanna. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ja, so ist es richtig. Genau das ist es. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Absolut gar nichts. Ganz genau. Ja, das Leben geht weiter. Da kann man ein Liedchen von singen. Naja, wie gesagt, bis auf die Hitbox und Trefferquote und allen. Das Auto-Aiming, das war nicht so richtig pralle. Habe ich aber mehrfach schon ins Spiel angeprangert. Aber das Spiel ist ja auch schon etwas älter. Naja, ich hoffe immerhin, es hat euch gefallen. Ist zwar eine Empfehlung wert, kann man zocken. Aber, naja. Wie gesagt, hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ihr mal Bock habt, schaut daraufhin noch bei uns an Discord vorbei. Ist unten in der Videobeschreibung alles verlinkt. Wenn ihr den Kanal auch noch nicht abonniert habt, lasst doch mein Abo da. Nette Werbung da. Einen Daumen da oben. Würde uns mega freuen. Und ihr seid einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020